Geleitschutz Der Roboter muss die feindliche Basis in einem Stück erreichen Status des Roboters grüßen Er... Der Roboter Er, der Schluck Er ist weg Ich werde nicht verwischen. Arschweier bereit zum Einsatz. Nein, ich gehe nicht mal wieder. Der Roboter wird beschossen, verteid ich, ich gebe nicht. Das ist ja, ich sehe. Das war's für heute. Das war's für heute. Wechseln den Sammelpunkt. Verhindert, dass der Feindroboter unsere Basis erreicht. Feindroboter wurde neu gestartet. Die Information ist nicht falsch. Artebiere, sehen Sie. Nein, ausgeschaltet. Wir sind in der Luft und starten Überwachungsoperationen. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Wir sind in der Luft und starten über die Luft. Roboter aufreißen. Steier bereit. Fenster bereit zum Einsatz. Der Feuer wird eingesetzt. Der Feuer wird versetzt. Abstoß bestätigt. Sonst kriegt der Feuer mit Beißel und Stöhnen. Der Feuer ist gut. Unser Roboter ist bald da. Unser Roboter ist bald. 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 Einsatzgebiet befreundet. Die Umstreiter tragen den Sieg davon. Untertitelung des ZDF, 2020